allihallelüle endlich ist der LS25 draußen und damit von mir auch ein neues video wie man den mod ordner ändert falls ihr mal speicherprobleme haben solltet es hat sich im grunde gar nichts geändert und zwar geht ihr dazu unter c sprich in die dokumente dann in my games und dann farming simulator 2025 und dort findet ihr eine datei die nennt sich game settings punkt xml die öffnet ihr da würde ich euch ein programm wie notepad plus plus empfehlen wenn ihr das gemacht habt geht in die dritte zeile der dritten zeile steht mods directory overdrive active müsste bei euch auf false stehen und directory müsste glaube ich c doppelpunkt backslash ich glaube tmp war es da könnt ihr jetzt erst mal das direkt dorthin setzen wo ihr hin haben wollt ich mache das immer ganz gerne dort wo ich auch das game installiert habe dass ich dort auch den mod ordner hinsetzen und wichtig active ist oft zu stellen schräg schräg schreiben wenn ihr das gemacht habt dann habt ihr im prinzip wie ich diesen ordner die steam steam apps kommen ein farming simulator 25 mods habe ich jetzt schon die mods aus dem modtab installiert die von giants direkt sind heruntergeladen und im farming simulator müsste eigentlich jetzt nicht mehr viel machen außer herunterbarer inhalt dann geht ihr zum beispiel hier auf den lkw den habe ich noch nicht den ladet ihr unten rechts auf installieren dann sagt er wo zur download liste hinzugefügt und dann ladet ihr je nachdem wie schnell hinter internet ist die datei runter ihr seht jetzt jetzt taucht sie auf damit habe ich sie heruntergeladen und wie sieht das vielleicht hier nicht mehr aber hier seht ihr es der punkt ist also der pluspunkt ist weg spricht das vorhanden ihr könnt das gerne auch wieder auch deinstallieren und damit ist das thema erledigt bzw falls sie natürlich auch mods habt die ihr von anderen seiten heruntergeladen habt geht das in diesen ordner dann ihr kennt das ganze jahr mit kommentare like und abo brauche ich euch nicht erklären freue ich mich drüber und ansonsten viel spaß beim farmen